Schon im Jahr 2020 hatten wir ein atemberaubendes Bau-Event, dessen krönenden Abschluss ein riesiges Feuerwerk bildete. 2021 hatten wir das bisher kreativste und größte Bau-Event, das Osterevent mit absolut unterschiedlichsten hochkreativen Eiern, Rätseln und allem, was man sich nur vorstellen kann. Ihr habt bewiesen, wie gut ihr bauen könnt. Aber was werden wir dieses Jahr machen? Werden wir ein Frühlingsbau-Event haben? Oder vielleicht doch erst im Sommer? Vielleicht machen wir was Schönes zum Thema Herbst? Oder ein Winter-Event? Vielleicht auch alles auf einmal. Wer das wissen will, der bleibt jetzt dran. Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen. Da sind wir auf einem von 36 Event-Plots, die ich vorbereitet habe, auf City Build 12, wo wir unseren diesjährigen Bauwettbewerb starten werden, der übrigens am 28. Februar beginnt und dann vier Wochen Bauzeit hat. Das heißt, wer mitmachen möchte, kann ab jetzt jederzeit auf mich zukommen und bekommt eins dieser 36 Plots zugeordnet. Was werden wir bauen? Wir machen ein 4-Jahres-Zeiten-Bau-Event. Das heißt, jeder soll auf einem Plot alle 4 Jahreszeiten darstellen. Deswegen ist auch dieses Kreuz hier abgebildet, denn hier beispielsweise könnte der Winter sein, der Sommer, der Herbst und der Frühling. Ziel ist es, alle 4 Jahreszeiten auf einem Plot darzustellen und das Ganze ineinander übergehen. Ich bin super gespannt, was ihr auf die Beine stellt. Es gibt keine näheren Bedingungen. Wichtig, auf jedem Plot muss irgendwo irgendwie ein Rouge versteckt sein. Das ist eine der Voraussetzungen. Ansonsten gibt es natürlich auch dieses Mal grandiose Preise. Der erste Platz ist mit 500.000 Dollar dotiert, der zweite Platz ist mit 250.000 Dollar dotiert und der dritte Platz bekommt immerhin noch 125.000 Dollar. Jeder Teilnehmer bekommt außerdem ein Teilnahme-Item, signiert von mir, und es wird eine Event-Karte geben, gebaut von Kaule und Kaule's Frau. Die könnt ihr bei Kaule's Frau oder Kaule erwerben und die ist richtig gut geworden. Von daher, ich freue mich auf eure Bewerbung, freue mich auf ein mega cooles Event und wenn ihr dabei sein wollt, wie gesagt, schreibt mir, kommt in den Discord-Server und bis dann. Euer Rouge. Ich früh Jess ... ... ... ... ...